Ja, das ist ein verrosteter Schrotthaufen. Der Großteil des Lachs ist auch schon ab. Was ist das für ein Schrott? Da sind Räder dran. Ist das ein alter Karren? Bellen, Batterie, Campingkocher, Taschenlampe. Das ist wohl ein Vorratsregal? Sieht nicht so aus, als würde ich den Kram immer benutzen. Oh, Scherben. Nein. Scherben. Oh, in die Scherben könnte jemand reintreten. Jetzt sollte man vielleicht aufräumen, aber ich frage mich, woher die Scherben kommen. Hier ist links um ein Fenster. Aber man ist hier so viel Müll, Chips-Tüten, Plastikflaschen. Ach, das ist das gleiche Dörrfleisch wie im Gästehaus. Wo könnte er sein? In jedem Fall. Hat da jemand gerufen? Nee. Das war der Hund. Das ist eine Batterie. Ich gucke mich noch mal fertig um, ne? Hast du Zeit, ne? Ein Plastikkanister ist umgefallen. Zum Glück scheinen sie alle leer zu sein. Er hätte gefährlich werden können, wenn da Benzin oder so drin gewesen wäre. Das stimmt allerdings. Bretter? Die Bretter sind in der gleichen Farbe gestrichen wie die Wand. Waren die übrig und wurden nicht mehr gebraucht? Oder vielleicht sind die ersatzfrei, als was repariert werden muss. Bestimmt das. Leiter, alte Reifen. Sind das Autoreifen? Was machen die denn hier? Wofür ist dieser Schuppen? Er ist verlassen. Natürlich schmeißen die Leute da ihren kompletten Müll rein. Was wollen sie sonst machen? So. Ach, guck mal. Da hing was. Der war ein Hilferuf. Also die Stimme kommt aus dem Brunnen. Ist er wohl in den Bummen gerunnen. Das Seil scheint gerissen zu sein und noch zwei Folgen aufnehmen. Dann habe ich es. Und dann habt ihr es auch geschafft, die müden ersten Parts für diesen Let's Play anzugucken. Das Seil scheint gerissen zu sein. Ach ja, und er ist in dem Brunnen drin. Na sowas. Guck mal, da hat das Loch wieder gefixt. Das Loch wurde gepflegt. Irgendwie zumindest. Sieht aus, als ob das Tommy war. Wir nennen diesen Teil seiner Arbeit echt ernst. Okay. Jetzt haben wir das auch angeguckt. Dann können wir uns jetzt um den Brunnen kümmern. Wobei, kann ich die Bank noch anschauen? Nein. Okay, ich kümmere mich schon um den Brunnen. Hey, du. Hey, du. Hey, du. Help me! Das ist das Kind. Get me out of here! Was are you doing down there? Trying to hide, but I got stuck. Okay, fine. I'll go get someone. Just hang on. Wait, no! Don't! I can't get you out of there by myself. I'll get the Forest Ranger. And once you're out, he'll arrest you for stealing my bag. Oh, please, not Dan. Are you really going to be picky about who rescues you? I'll give you your bag back, please. But if you call Dan, I won't tell you where I hid it. What's with this little jerk? Help me, and you'll get your bag back. I'm fine. The well's so deep. How can I get him out? No way I can reach all the way down there. Come on, hurry up and get me out of here. Can you climb up the wall? There's nothing to grab onto. You got it. Just a minute. Ein Brett? Also ich hätte jetzt ein Brett genommen. Das da drin steht. Und mir tun so dermaßen die Füße weh. Alter, ich kann es euch nicht sagen. Brett? Okay. Aber da steht halt auch eine Leiter. Könnte ich auch nicht nehmen. Na gut. Ähm. Da ist ein großer Roter Knopf. Kann ich nicht benutzen. Hm. Helm? Vielleicht kann ich den benutzen. Neben dem Helm legt er eine Batterie. Vielleicht geht die Lampe, wenn ich sie anschließe. Danke. Danke. Äh. Brenner brauche ich nicht. Die werden beim Zelten benutzt. Aber sie sind leer und gehen nicht mehr an. Ölkanister. Die Katastri sind leer. Die Benzinkanister sind leer. Ah. Guck mal da. Eine Taschenlampe. Oh. Oh, eine Taschenlampe. Dabei kann ich Licht ins Unkleid des Brunns bringen. Nice. Hm. Sie geht nicht an. Ja, weil du die Batterien brauchst. Hm. Vielleicht funktionieren diese Batterien. Sehr gut. Glasflaschen. Hm. Flaschen. Alle leer. Hm. Wie ich. Ich bin eine Flasche und ich bin auch innerlich leer. Oh. Oh, eine Laterne. Damit kann ich im Grund für Licht sorgen. Aber ich habe nichts, womit ich sie anzünden kann. Brauchst du auch gar nicht. Okay. Ich gebe mir mal die Tasche. Ich brauche den Helm mit den Batterien. Die Batterie ist von einem Helm befestigt. Müsste, geht nicht. So viel zu dieser Idee. Ja, okay. Dann können wir aber kombinieren mit den Batterien. Yay. Super, sie funktioniert. Jetzt kann ich damit für Licht im Brunnen sorgen. Na, das ist doch schon mal gut. Alter Karin? Nee. Ich gebe ihm mal die Taschlampe. Vielleicht kann er mir dann sagen, was er das sieht. Oh, die sind mir nicht müde. Äh, Brunnen. Guck mal. Er hätte ich schon versagt. Die Rissen ist sei. Ich würde es am Brunnen festbinden. Das kann ich hier nicht benutzen. Oh, damn it. Okay. Kann ich das... Um den... Bin ich denn ernst? Echt jetzt? Okay. Oh, er hat es sogar. Ich dachte, ich muss die Leiter durch. Ich glaube, ich bin ein bisschen. Ich glaube, ich bin ein bisschen. Ich glaube, ich bin ein bisschen. Oh, das war schwer. Ich war da unten. Ich war da unten. Vielleicht nächste Mal, nicht auf eine Welle. Das... Ja... ... aber... ... aber... ... aber... ... aber was? Es gab nicht mehr zu gehen. Du musst nicht mehr zu gehen, wenn du nicht meine Läge verletzt hast. Ja... ... aber... ... aber... ... es gibt keine Entschuldigung. Das ist nicht alles, was du gemacht hast. Spiegel von der Gästehaus... ... aber ich nur verletzte deine Läge, weil eine Frau mich gefragt hat. Du musst mich auch sagen. Wie für das Essen... ... also... ... ich war einfach so hungry... ... was noch kann ich machen? Nicht zu sagen, dass du einen Zeug in deinen Schulden verletzt hast. Hey, dieser Zeug me folgte. Hör, verstehst du, dass was du getan hast, war falsch? Ich... ... wirklich. Es ist einfach... ... ich habe viel zu tun in meiner Leben. Ich glaube, das ist das, was passiert, wenn du wegst. Was? Wie... ... wie du das wissen willst? Oh, ich weiß mehr als das. Matthew Crusoe. Wer sagt dir mein Name? Hallo, Matthew. Dan sagte, dass du verletzt warst. Also... ... warum hast du wegst? Das ist... ... nichts von dir. Was ist das Problem? ... warum hast du so schmerzen? Ach... ... 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 Es steht, dass wir Fragen stellen, ja, die Frage aber nicht beantwortet. Hm. Was? Look, I don't care who told you to do it, but it's never okay to steal. But I had to. I had no choice. You're still making excuses? You can't do stuff like that. Running away is a bad call, too. Your family's gotta be worried. Trust me, they're not. My uncle even knows I'm here. And he's still not coming to get me, so... Your uncle? My dad's brother. I live with him. What about your mom and dad? They're... not around. My mom got sick. She passed away. And my dad... he went missing. Five years ago. He went missing? Yeah. And that's why I'm here. There's something I need to do. What do you mean something you need to do? I'm looking for clues to where my dad went. That lady made me a deal. She said if I stole your bag, she'd tell me about him. You're looking for clues? What sort of clues? Can you keep a secret? Yeah. Okay. The truth is... my dad didn't go missing. He was abducted. And I'm searching for him. So viele Fragen. Und nie beantwortet er mir sie. Abducted? For real? For real. Ashley, my dad's rich. Really? Yeah. Crazy rich. Okay. And? And five years ago, he was abducted from here. By who? Isn't it obvious? A gang of kidnappers. Aha. And then? The kidnappers demanded a ton of money. But my uncle couldn't pay them. So they never let him go. He's been missing ever since. But I'm sure he's still alive. And you came here looking for clues to where he might be. Exactly. Das hört sich alles ein bisschen wild an. So your dad's rich, right? Super rich. Then why didn't your uncle pay the ransom? Well, my dad's rich. But my uncle isn't. Plus, he doesn't have the key to my dad's vault. His vault. I'm telling the truth. My dad's so rich. And he was abducted. And I'm searching for him. Because he's rich and... and... And? Ashley, you believe me? Don't you? Hmm. Geschichten erfinden? Ich weiß nicht, was die gute Antwort ist. Aber ich würde ihm gern glauben. Hm. Just stop making up stories and apologize. You gotta grow up one of these days. If you just had the maturity to apologize... How old are you? Huh? I'm 16. Hm. 16, huh? Yeah? Why? You're only a little older than me. So quit acting like you're so much more grown up. What? You're just like everyone else. Matthew! Yeah, was hast du erwartet, was passiert? You ran away. Aber ich hatte ja auch nur die Aufwand zwischen Scheiße und Scheiße. Ja, geh. Hey, wait. Where's my bag? Im Bootshaus. Immer noch. Hat er doch gesagt. Warum hörst du denn nicht zu, Ashley? Sogar ich hab zugehört. Und ich bin eigentlich echt schlecht im Zuhören. Da. Ich geh jetzt zu dem scheiß Bootshaus, weil da ist mein Rucksack. Auch wenn wir da am Bogen kommen. Oh, hier ist Matthew nicht. Wo ist er dann? Was mach ich jetzt? Ich schätze, ich geh zu Papas Haus. Ach ne, ich dachte, ich geh zum Bootshaus. Aber anscheinend muss ich da auch hin, um zum Haus zu kommen. Ich muss ja wohl, ich bin auch dort gerade. Da muss ich ja in dem Bootshaus vorbei. Und so wird der, ach guck mal. Ah, hey, da ist Tommy. Tommy. Hi. 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 Hi, Janet. Hi. 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 Ich habe von Tommy gehört. So, du hast in eine Krieg mit Elisabeth, oder? Ich habe Angst, und sagte ein paar Sachen. Probierst du zu weit, aber nicht. Nehm dich, sie ist immer so. Oh. Wow. Aber du hast in eine Krieg die erste Mal du sie kennenzulernen? Das ist wunderschön. Ich dachte das gleiche. Du bist beide Freunde mit Elisabeth, nicht du? Ja. Wow. Wow. Du denkst, wie sind sie Freunde mit jemandem wie das? Almost word for word. Well, we know the reale Elisabeth. Sie ist wirklich talentant. Plus, sie hat eine gute Gute in Musik. Und ein künstlerer Style. Das ist, warum wir drei von uns gemeinsam eine Band haben. Und wir haben unsere Band in eine Konzent. Ja. Ja, aber ich muss immer noch nicht verstehen, dass sie diese Band zusammen gefunden haben. Was? Ich bin die Gute. Ich bin die Gute. Janet ist die Gute. Was? Ich bin die Gute. Ich bin die Gute. Wir machen wirklich nur für Spaß. Nicht wahr. Du bist die Gute wie eine Rockstar. Die Frauen kommen zu unseren Shows. Ich bin die Gute über Tommy. Kommt, es geht es. Was ist das Konzent? Was ist das Konzent? Das Konzent? Das ist es. Ja. Das Konzent ist das schnellste Weg zu bekommen. Das Konzent ist das Konzent. Du willst du signed? Natürlich. Oh. Okay. Cool. So, diese zwei werden in der Konzent, auch. Aber so ist Elisabeth. Ich spiele Gute, auch. Oh, ja? Right auf. Tschüss. Schönen wir, dass ihr die Kontest abtönt seid. Du möchtest mit uns. Ich habe meine Gitarre zu Hause. Aber sicher, wenn ich eine Chance bekomme. Ich freue mich zu es. Ich sehe mich an. Rechnungstunden. D horafer ist, du weißt? Bis dann, Ashley. Tschüss. 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 Wenn es es was sie nicht... Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich. Ich würde mir jetzt gerne an meinen Gitarren spielen. Ich würde auch immer Gitarre spielen, aber irgendwie hat die Motivation nicht gereicht. So. Nun vorbei am... Ach, da ist er ja. Hey, Verräter. Der hat wahrscheinlich da den Rucksack versteckt. Ziemlich sicher hat er das. Was machst du hier? Ashley, ich habe deine Brücke hier, aber jetzt ist es weg. Was? Ich versuchte die Frau, dass ich die Brücke heute Nacht geben werde. Sie war mir über meinen Vater. Sie hat mich verletzt. Sie hat mich zu mir aus dem Start gegründet. Ich bin sorry für verletzende deine Brücke. Für verletzende es, dann verletzende es. Oh, an Apologie. Wie hast du gesteckt, seit letztendem wir uns gesprochen haben. Well, du hast mich geschützt, und alles. So, ich wollte deine Brücke zurückgeben. Ich war ein bisschen schade auf dich vorhin. Ich bin sorry. I should have listened to what you had to say. You're saying you believe me? There could be some truth to it. I'm not like everyone else. But maybe I'm not as mature as I'd like to think either. Thanks, Ashley. Das ist übrigens Selbstreflexion. Würde ein paar Leuten gut tun. Ich bin sorry, aber ich bin lief. Mein Vater hat fünf Jahre alt. Das ist wahr. Es gibt Menschen, die zu verletzen, ich weiß. Aber nicht mein Vater. Something hat ihn getan. Ich habe ihn nach der Tür für jeden Tag. Selbst wenn es angefangen hat, meine Mutter zufrieden. Und dann, ein Tag, sie hat so Angst, sie hat angefangen. Und dann hat sie in die Teile. Der ist bestimmt ein Versuchskaninchen in diesem J.C. Valley. Was ist denn mit dem Mannen mit der Sonnenbrille? Das gibt keinen Sinn. Wenn er vor fünf Jahren verloren gegangen ist, ja. Verschwunden ist. Warum sollten die denn jetzt, jetzt, die Spuren verwischen? Fünf Jahre später. Mein Vater hat dieses Boathaus gebaut. Also ich werde in den Augen schauen. Bei dir selbst? Nein, nein, nein. Dieser Mann könnte da sein. Äh. Was? Ich gehe natürlich mit. Na gut. Dann do we go and have a look. Habe ich hier irgendwas? Habe ich hier irgendwas? Ich sollte mir das Bootshaus anschauen. Ja, im Glück nicht. Temporarily close. Hier draußen noch was? Nö, mit ö. Nö, mit ö. Das ist das ganz, ach nicht, dass das das ist. Rass. Ganz bestimmt ausschließen. Ich sage, dass er da ist. Ja, das ist vor allem auch beim Gästehaus passiert. Ach so, ich muss wieder, äh, Plus, Hoch, Rund. Aha. Was? Willst du mich verarschen? Hä? Oh mein Gott. Ich muss es gedrückt halten. Das hat zu lange gebraucht, bis ich es gecheckt habe. Ach du, kein Thema. Geschichte haben wir jetzt schon so oft erzählt. Schon fast wie eine vergessene Erinnerung. Ich gehe ja nicht, ihr Geld. Mal sehen, was wir über deinen Vater in Erfahrung bringen können. Okay. Dann guckt man doch uns hier mal um. Fisch. Sieht aus wie ein Notizbuch, in dem Reservierungen festgehalten worden sind. Auf der aufgeschlagenen Seite stehen die Namen von Gästen, die die jeweiligen Monate reserviert haben. Und das kann ich mir anscheinend nicht aus, äh, angucken. Japan hat ja eine Dose Saft stehen lassen. Vielleicht steht sie da, seit das Bootshaus geschlossen wurde. Gitt. Ja, jetzt glaube ich, ist dann wirklich edelhaft. Foto einer Yacht. Äh, da ist auch ein Bild von einer großen Yacht. Haben die hier auch Yachten vermietet? Moment. Das Bild wurde nicht am See aufgenommen. Ich kann den Horizont sehen. Zertifikat. Dieses Zertifikat ist ein Gewerbeerlaubnis für das Bootshaus. Warum hänge ich mir den auf? War nicht anders zu erwarten, dass ein Bootshaus die hat. Aber nur sechs davon? Da scheint mir nicht genug zu sein, oder? Ja, vielleicht hatten sie mal mehr, aber die sind halt dann ausgeliehen worden und nie wieder zurückgebracht. Ähm. Ist das eine Art Fischburger? Gibt es den Laden noch? Da würde ich gerne mal hin. Also es ist, äh, Boots, also ein Restaurant mit Lachs und Reis. Warnungen. Hier steht, wie viele Personen in einem Boot fahren dürfen. Ach, Lotteriezahlen. An der Pinwart hängt ein Zettel. Das sind die Lotterienzahlen der 21 bis 30 aus dem Jahr 1999. Das ist Lotterielos, sieht alt aus. Wenn sie ist 1991 geboren und jetzt 16, dann ist sie 2007. Warum hängt die dann von 19... Also für fünf Jahre war dann 2002. Seeschlange im Lake Juliet, riesiger Schatten aus dem Wasser, äh, auf dem Wasser gesichtet. Eine Seenschlange, Endsurft? Das glaube ich nicht. Sieht aus, wie es Monster von Loch Ness. So, was haben wir denn hier noch? Die Broschüren in der Halterung sind verstaubt. Okay, hier haben wir... Ach, okay. Ein Artikel mit dem Bild des Gewinners der 26. Lotteriezielung im Jahr 1999. Ashley. That's my father. Warum übersetze ich denn auf Englisch, wenn es da auf Deutsch steht? Das ist mein Vater. Mein Vater hat also wirklich in der Lotterie gefahren? Mr. Crusoe erklärte. Die Zahlen, mit denen ich gewonnen habe, waren die Ziffern für meinen Namen auf dem Handy und mein Alter. Ich fasse es nicht, dass ich für diesen Zahlen Erfolg hatte. Es sind wohl meine Glückszahlen. Dann verstehe ich, warum er so richtig reich ist. Und ich wusste nicht, dass man hier früher angeln konnte. Fishing, Ben. Großkarten? Ah. Er denke, ich habe einige Gäste am Nachrichten hinterlassen. Ich habe ein paar echte Oschis gefangen und nächstes Jahr bin ich wieder dabei. Wie lustig. Ja, und jetzt ist es zu. Oh. Und da war dann ein großer, ausgestopfter Fisch. Okay, das Einzige, das wir bisher erfahren haben, war, dass er im Lotto gewonnen hat. Ach halt, das ist... Vor der Tür. Hinter Tür. Dann müssen wir uns jetzt safe verstecken, weil der Typ, der da draußen steht. Der... Sonnenbrillentyp. Das ist die gleiche Luft wie auf der anderen Seite vom Haus. Das ist die gleiche Luftwadder. Das ist die gleiche Luftw clamberflateg. Das ist die gleiche Luftwadzieknitte. Es ist die gleiche Luftwadziekn internaufen.